Wie sieht das weitere Prozedere aus? Wenn Sie sich für einen Eingriff interessieren, vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin in meiner Praxis. Am Operationstag, Sie brauchen nicht nüchtern zu sein, wird der Eingriff bei uns in örtlicher Betäubung, in Lokalanästhese durchgeführt. Sie sind hinterher noch etwas bei uns, kriegen etwas zu trinken und zu lesen, dürfen dann ins Hotel, sofern Sie etwas weiter anreisen. Am nächsten Tag wird die Nachuntersuchung und der Verbandswechsel stattfinden.